Heute sind wir in der Heimat der Warnhofer Pferdeäpfel bei Gefer und Rudi. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja, die Pferdeäpfel haben eine neue Verpackung, sehe ich gerade. Extra für Ostern, habt ihr euch was einfallen lassen? Ja, zu Ostern verpacken wir unsere beliebten Pferdeäpfel in einem Osterei. Wir haben verschiedene Größen und warten natürlich jetzt auch auf Abnehmer. Und die Überraschung zu Ostern muss man hier bei euch abholen. Man kann sie abholen, aber man kann sie sich auch bringen lassen. Auf einen Wert von 25 Euro liefern wir Freiraus in Warnhofer. Und was weitergeht, da müssen wir dann drüber reden. Kontaktloses Bezahlen oder so ist auch kein Problem. Rechnung können wir beilegen, wenn das gewünscht ist, ist überhaupt kein Problem. Ja, ist ja super. Alle Köstlichkeiten auch außer Haus. Richtig. Klasse. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao. Tschüss.